Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japheth das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Es ist erneut zu beachten. Die nachsintflutliche Verfluchung von Kanaan scheint eine ähnliche Tragweite aufzuweisen wie die vorsintflutliche Verfluchung der Schlange, wie die vorsintflutliche Verfluchung des Ackerbodens und die vorsintflutliche Verfluchung des Kain. Denn bei der Verfluchung von Kanaan scheint es sich um die erste nachsintflutliche Verfluchung zu handeln. Daher scheint es sich bei dieser ersten nachsintflutlichen Verfluchung um ein bedeutendes Schlüsselereignis zu handeln, welches die kommenden Geschehnisse maßgeblich beeinflusst. Was hat also Ham getan, dass eine Verfluchung auf Kanaan liegt? Wie schlimm war die Tat von Ham, dass sein Sohn Kanaan verflucht wurde, obwohl die Möglichkeit zu bestehen scheint, dass Kanaan an der geschilderten Situation nicht beteiligt war? Was ist in dieser Situation geschehen, als Ham die Blöße von seinem Vater Noah sah? Wieso ist Kanaan verflucht und nicht Ham? Verübte etwa Ham eine abscheuliche Tat an seinem Vater Noah? Ist es möglich, dass die Konsequenz dieser Tat auf die Verfluchung von Kanaan hinauslief? Verfluchte Noah seinen Enkel Kanaan oder stellte Noah fest, dass Kanaan verflucht ist, weil Ham eine abscheuliche Tat an Noah verübte? Was ist in dieser Situation wirklich geschehen? Was hat Ham seinem Vater Noah angetan, wofür Kanaan verflucht wurde? Im neunten Kapitel der Genesis werden keine eindeutigen Aussagen getätigt, die eine Antwort liefern. Jedoch könnte eine Überprüfung von Noahs Stammbaum und die Sichtung von weiteren alttestamentlichen Erläuterungen zu erklärenden Hinweisen führen. Diese Hinweise könnten darüber Aufschluss geben, was Ham für eine Tat an seinem Vater Noah verübte. Die folgenden Hinweise konnte ich der Verfasser zusammentragen. Erster Hinweis, nur einer von vier Söhnen wurde verflucht. Es ist zu beachten, dass Ham vier Söhne hatte, die ihm erst nach der Sintflut geboren wurden. Hams Söhne sind Kusch, Misraim, Put und Kanaan, wie es im zehnten Kapitel der Genesis einzusehen ist. Dies ist der Stammbaum der Noah-Söhne, Sem, Ham und Japheth. Söhne wurden ihnen erst nach der Sintflut geboren. Die Söhne Hams waren Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Jedoch wurde nur Hams Sohn Kanaan für Hamstat verflucht. Die Söhne Kusch, Misraim und Put wurden nicht verflucht. Denn Noah sprach, verflucht sei Kanaan, wie es im neunten Kapitel der Genesis zu lesen ist. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Somit liegt nur auf Kanaan ein Fluch. Für die Tat von Ham wurde also nur einer von vier Söhnen verflucht. Daher dürfte kein Fluch auf Kusch, Misraim und Put liegen. Wieso wurde für Hams Tat nur einer von vier Söhnen verflucht? In welcher Weise unterscheidet sich Kanaan von Kusch, Misraim und Put? Auch ist es zu beachten, dass Ham erst nach der Sintflut Vater wurde. Ist es daher möglich, dass Kanaan zum Zeitpunkt der Verfluchung noch nicht geboren war? Ist es denkbar, dass Kanaan erst kurz vor der Verfluchung empfangen wurde? Könnte die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sich Kanaans Empfängnis von der Empfängnis von Kusch, Misraim und Put unterschied? Doch in welcher Weise könnte sich Kanaans Empfängnis unterscheiden? Ist es im Bereich des Möglichen, dass Kanaan mit einem anderen Weib gezeugt wurde als seine anderen drei Söhne? Zeugte Ham seinen Sohn Kanaan durch Ehebruch? Doch mit welchem Weib könnte Ham den Kanaan gezeugt haben? Aber einen Augenblick! Liegt hier vielleicht ein Denkfehler vor? Denn Ham sah doch nur die Blöße von Noah! Was hat es mit Noahs Blöße auf sich? Zweiter Hinweis! Des Weibes Blöße ist des Mannes Blöße! Ham sah also die Blöße von seinem Vater Noah und Kanaan wurde verflucht. Doch was hat es mit dieser Blöße von Noah auf sich? Eine Antwort liefert das 18. Kapitel von dem Buch Leviticus. Niemand von euch soll sich irgendeinem seiner Blutsverwandten nähern, um die Blöße aufzudecken. Ich bin der Herr. Die Blöße deines Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Sie ist deine Mutter, du sollst ihre Blöße nicht aufdecken. Die Blöße der Frau deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Vaters. Es soll also nicht die Blöße eines Blutsverwandten aufgedeckt werden. Was bedeutet das? Auch war im 18. Kapitel von dem Buch Leviticus zu lesen, dass die Blöße des Weibes die Blöße des Mannes ist. Könnte somit die Blöße von Noahs Weib die Blöße von Noah sein? Hat also Ham die Blöße seiner eigenen Mutter gesehen, als er die Blöße von Noah sah, weil die Blöße des Weibes die Blöße des Mannes ist? Doch warum ist die Blöße des Weibes die Blöße des Mannes? Dritter Hinweis. Ein Mann plus ein Weib gleich ein Fleisch. Wieso ist die Blöße des Weibes die Blöße des Mannes? Denn Mann und Weib sind doch zwei getrennte Körper. Wie kann dann die Blöße des Weibes die Blöße des Mannes sein? Diese Frage wird vom 2. Kapitel der Genesis beantwortet. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Weil also der Mann seinem Weib anhängt, werden Mann und Weib zu einem Fleisch. Das dürfte sinnig sein, denn wenn die Liebe zwischen Mann und Weib eintritt, dann sind Mann und Weib unzertrennlich, weil sie aneinander hängen. Sie werden vermutlich zu einem Fleisch, weil sie durch die Liebe aneinander gebunden werden. Somit dürfte es auch sinnig sein, wenn die Blöße des Weibes die Blöße des Mannes ist. Denn Mann und Weib sind durch die Liebe zueinander ein Fleisch. Nun liegen drei Hinweise vor, um zu ermitteln, was zwischen Noah und Hamm passiert sein könnte. Doch worauf laufen die bisherigen Hinweise hinaus? Damit die bisherigen Hinweise ausgewertet werden können, erfolgt nun ein Überblick. Um herauszufinden, was zwischen Noah und Hamm vorgefallen ist, können die bisherigen Hinweise wie folgt zusammengefasst werden. Erstens. Wenn Mann und Weib zusammenkommen, dann gelten beide als ein Fleisch. Vermutlich gelten sie als ein Fleisch, weil sie durch die Liebe zueinander unzertrennlich sind. Zweitens. Weil Mann und Weib ein Fleisch sind, dürfte die Blöße des Weibes die Blöße des Mannes sein. Somit dürfte die Blöße von Noas Weib die Blöße von Noah sein. Somit könnte die Möglichkeit bestehen, dass Hamm die Blöße seiner eigenen Mutter gesehen hat, als er die Blöße von seinem Vater Noah sah. Drittens. Weil Hamm eventuell die Blöße seiner Mutter sah, wurde einer von seinen vier Söhnen verflucht. Nur Hams Sohn Kanaan wurde verflucht. Dagegen wurden Hams Söhne Kusch, Misraim und Put nicht verflucht. Ist es daher denkbar, dass sich die Empfängnis von Kanaan von der Empfängnis von Kusch, Misraim und Put unterschied? Denn nur Kanaan ist verflucht, weil Hamm möglicherweise die Blöße seiner eigenen Mutter sah. Doch warum ist Kanaan verflucht, nur weil die Möglichkeit zu bestehen scheint, dass sein Vater Hamm die Blöße von Noahs Weib gesehen hat? Warum scheint also ein Unbeteiligter verflucht zu sein, weil Hamm möglicherweise die Blöße seiner eigenen Mutter sah? Warum wurde also Kanaan für etwas verflucht, was er gar nicht getan hat? Schließlich scheint Hamm die Blöße von Noahs Weib gesehen zu haben und nicht Kanaan. Eine Sekunde. Was stand noch einmal im 18. Kapitel von dem Buch Leviticus? Die Blöße der Frau deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Vaters. Könnte Hamm die aufgedeckte Blöße seiner eigenen Mutter gesehen haben, wodurch er die Blöße von seinem Vater Noah sah? Doch was bedeutet es, die Blöße seiner Mutter aufzudecken oder die aufgedeckte Blöße der eigenen Mutter zu sehen? Diese Frage beantwortet der 11. Vers im 20. Kapitel von dem Buch Leviticus in der Elberfelder Übersetzung. Und wenn ein Mann bei der Frau seines Vaters liegt, er hat die Blöße seines Vaters aufgedeckt. Beide müssen getötet werden. Ihr Blut ist auf ihnen. Wenn also ein Mann bei dem Weib seines Vaters liegt, dann hat er die Blöße seines Vaters aufgedeckt. Lag somit Hamm bei dem Weib von seinem Vater Noah? Lag somit Hamm bei seiner eigenen Mutter? Doch was bedeutet es, bei einem Weib zu liegen? Was bedeutet es, bei seiner eigenen Mutter zu liegen? Lag Hamm einfach nur neben seiner eigenen Mutter? Oder lag er auf einer besonderen Weise bei dem Weib seines Vaters? Diese Frage beantwortet erneut der 11. Vers im 20. Kapitel von dem Buch Leviticus, doch diesmal in der Hoffnung für alle Übertragung. Schläft ein Mann mit der Frau seines Vaters, dann entehrt er seinen Vater. Er und die Frau müssen sterben. Sie sind selbst schuld an ihrem Tod. Wenn also die Blöße eines Weibes aufgedeckt wird, dann bedeutet es, bei diesem Weib zu liegen. Wenn also ein Mann bei einem Weib liegt, dann bedeutet es anscheinend, mit diesem Weib zu schlafen. Schlief also Hamm mit dem Weib von Noah? Entehrte Hamm seinen Vater Noah, weil er mit dem Weib von Noah schlief? Schlief also Hamm mit seiner eigenen Mutter? Hatte also Hamm mit seiner eigenen Mutter geschlechtlichen Umgang? Dass der geschlechtliche Umgang mit der eigenen Mutter verboten ist, darüber berichtet der 7. Vers vom 18. Kapitel von dem Buch Leviticus. Mit deinem Vater und mit deiner Mutter darfst du keinen geschlechtlichen Umgang haben. Sie ist deine Mutter, du darfst ihr nicht beiwohnen. Hatte also Hamm mit seiner eigenen Mutter geschlechtlichen Umgang und tat deswegen etwas Verbotenes? Oder geht diese Vermutung zu weit? Vielleicht sollte ein erneuter Blick auf die Verse im 9. Kapitel der Genesis geworfen werden, in denen die Begebenheit zwischen Noah und Hamm geschildert wird, um die genannte Vermutung zu überprüfen. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes. Haben sich Noah und sein Weib am Wein berauscht, wodurch sie schlafend und entblößt im Zelt lagen? Doch was könnte anschließend passiert sein? Und Hamm, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters. Wird in diesem Vers einfach nur die Feststellung getätigt, dass Hamm der Vater von Kanaan ist? Solch eine Feststellung muss nicht bedeuten, dass Kanaan bereits geboren ist. Diese Feststellung, dass Hamm der Vater von Kanaan ist, kann in diesem Fall einfach nur eine Hilfestellung darstellen, mit der das kommende Verhältnis zwischen Noah, Hamm und Kanaan geschildert wird, um die situationsgebundenen Positionen der Beteiligten klarzustellen. Auch wurden Hamm erst nach der Sintflut Söhne geboren, was die Vermutung bestärken könnte, dass Kanaan noch gar nicht auf Erden wandelte, als Hamm die Blöße seines Vaters Noah sah. Doch hat Hamm die Blöße seiner Mutter gesehen, als er die Blöße seines Vaters sah, weil Mann und Weib als ein Fleisch gelten, wenn sie zusammenkommen und die Blöße des Weibes die Blöße des Mannes ist? Lag Hamm bei dem Weib von seinem Vater Noah? Denn wenn ein Mann bei dem Weib seines Vaters liegt, hat er die Blöße seines Vaters aufgedeckt. Wenn ein Mann bei einem Weib liegt, so bedeutet es auch, dass der Mann mit dem Weib geschlechtlichen Umgang hat. Ist es daher denkbar, dass Hamm seine eigene Mutter entblößt gesehen hat und daraufhin vergewaltigte, als sie vom Wein raus schlief? Doch was passierte nach dieser Tat? Und Hamm, der Vater Kanaan, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japheth das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärtsgewand, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Erzählte Hamm seinen Brüdern von der Vergewaltigung seiner Mutter? Deckten daraufhin Sem und Japheth die Blöße ihrer Mutter zu? Ist es denkbar, dass Sem und Japheth über die Tat von Hamm schwiegen? Doch wie ging es weiter? Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. In diesen Versen wird scheinbar eindeutig beschrieben, dass Hamm die geschilderte Tat an seinem Vater Noah verübte und nicht Kanaan. Denn Noah erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und Hamm dürfte dieser jüngste Sohn von Noah sein und nicht Kanaan. Denn Kanaan ist der Enkel von Noah. Jedoch wurde Kanaan verflucht, obwohl Hamm die geschilderte Tat verübte. Ist es daher im Bereich des Möglichen, dass Hamm seine eigene Mutter vergewaltigte, als sie trunken vom Wein schlief? Ging aus dieser Vergewaltigung der Kanaan hervor? Zeugte Hamm den Kanaan mit seiner eigenen Mutter, dem Weib von Noah? Vergewaltigte Hamm seine eigene Mutter, das Weib von Noah und betrieb Inzucht? Ist Kanaan somit das Resultat von Inzucht? Oder gehen diese Vermutungen zu weit? Doch aus was für einem nachvollziehbaren Grund sollte ansonsten Kanaan verflucht sein? Schließlich scheint Kanaan keine verbotene Tat an Noah verübt zu haben, sondern Hamm. Dass die Möglichkeit zu bestehen scheint, dass Hamm seine eigene Mutter vergewaltigte, darüber berichtet auch die deutsche Bibelgesellschaft mit einem ausführlichen Beitrag, aus dem nun ausgewählte Zeilen folgen. Hamm, der zweimal ausdrücklich als der Vater Kanaans bezeichnet wird, sieht die Scham seines Vaters Noah, der sich betrunken in sein Zelt zurückgezogen hat und lässt sich darüber vor seinen Brüdern aus. Nach seinem Erwachen verflucht Noah Kanaan und dessen Nachkommen zu Knechten aller Völker, während er Sem, Japheth und deren Nachkommen segnet. In der sehr sparsam formulierten Erzählung bleibt offen, worin Hamm's Vergehen besteht. Auch fehlt jegliche Begründung für die Verfluchung Kanaans. In der Auslegungsgeschichte ist die offene Formulierung, Noah erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte, häufig als Leerstelle verstanden worden, die dazu auffordert, sich das Geschehen aus Andeutungen des Textes zu erschließen. Hierzu zählt vor allem die idiomatische Bedeutung der Wendung vom Sehen und Entblößen der Scham im Sinne von Geschlechtsverkehr haben. Die Verbindung von Alkoholgenuss und Sexualität ist im Alten Testament und in Literaturen des alten vorderen Orients gut belegt. Auch das Motiv des Weinbergs wird gern im sexuellen Kontext verwendet. So wurde angedeutet, es habe sich bei dem Vergehen um einen Inzest mit der nicht erwähnten Frau des Vaters gehandelt, was in Leviticus Kapitel 20 Vers 11 als Aufdecken der Scham des Vaters bezeichnet wird. Das Vergehen Hamm's besteht im Sehen der Scham des Vaters und dem Umstand, dass sich Hamm darüber vor seinen Brüdern auslässt. Die begriffliche Nähe zu den Inzestverboten des Buches Leviticus deuten zudem auch eine Begründung der Verfluchung Kanaans für die Tat seines Vaters Hamm an. Die Inzestverbote werden mit dem Hinweis eingeschärft, dass die Vorbewohner des Landes ihr Land wegen derartiger Vergehen verlieren werden. Laut dem Bericht der Deutschen Bibelgesellschaft scheint wirklich die Möglichkeit zu bestehen, dass Hamm seine eigene Mutter vergewaltigte. Ist es daher denkbar, dass Hamm den Kanaan mit seiner eigenen Mutter zeugte? Ist deswegen Kanaan verflucht, weil er das Resultat von Inzucht ist? Sind daher die anderen drei Söhne von Hamm nicht verflucht, weil diese mit dem eigentlichen Weib von Hamm gezeugt wurden? Das sind erneut Fragen über Fragen, die in einem einzigen Wirrwarr ausarten könnten. Daher erfolgt nun eine Zusammenfassung über den bisherigen Stand der inhaltlichen Sichtungen und Erkenntnisse, um einen geordneten Überblick über die Situation zu gewähren. 1. Weil die Menschen immer böser wurden, war die Erde voll von Gewalttaten. Um das Böse vergehen zu lassen, plante Gott eine Sintflut kommen zu lassen, damit alle verdorbenen Geschöpfe umkommen. 2. Nur Noah fand Gnade vor Gott. Deswegen überlebten Noah, sein Weib, seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter die Sintflut, indem sie in eine Arche stiegen. Auch überlebten von jedem Tier ein Paar. Alle anderen Geschöpfe starben in den Wassern der großen Flut. 3. Gott versprach den Überlebenden, dass es nie wieder eine Sintflut geben werde. Somit wurde den Überlebenden ein Neustart geschenkt. Zu den Überlebenden gehörten Noahs Söhne. Noahs Söhne sind Ham, Sem und Japheth. Ham, Sem und Japheth wurden erst nach der Sintflut Kinder geboren. 4. Doch an dieser Stelle offenbart sich eine wichtige Frage. Warum gibt es heutzutage immer noch Gewalttaten und Bösartigkeiten, obwohl alle verdorbenen Geschöpfe in den Wassern der Sintflut umkamen? 5. Vermutlich konnte das Unheil durch den ersten nachsintflutlichen Fluch erneut aufkeimen. Zusätzlich dürfte immer noch der Fluch über die Schlange, den Ackerboden und Kain bestehen. Auch könnte die Möglichkeit bestehen, dass Noahs Vorfahren mit Kains verfluchten Nachfahren gemeinsame Kinder zeugten. Dadurch könnte einer von Noahs Söhnen den Fluch von Kain durch die Sintflut getragen haben. Doch wie kam es zu dem ersten nachsintflutlichen Fluch? 6. Weil Ham die Blöße von seinem Vater Noah sah, wurde der erste nachsintflutliche Fluch durch Noah ausgesprochen oder festgestellt. Noah verfluchte seinen Enkel Kanaan oder Noah stellte einen Fluch fest, der wegen Hamms Tat auf Kanaan lastet. Dabei ist es zu beachten, dass nur auf Hamms Sohn Kanaan ein Fluch lastet. Denn die anderen Söhne von Ham wurden scheinbar nicht verflucht. Daher scheint sich die Empfängnis von Kanaan von der Empfängnis der anderen drei Söhne zu unterscheiden. Doch in welcher Weise unterschied sich die Empfängnis von Kanaan? 7. Vermutlich sah Ham die Blöße von seiner eigenen Mutter, als er die Blöße von seinem Vater Noah sah. Denn Mann und Weib gelten als ein Fleisch, wodurch die Blöße des Weibes die Blöße des Mannes ist. Doch was bedeutet es, die Blöße eines Weibes zu sehen? 8. Wenn ein Mann die aufgedeckte Blöße eines Weibes sieht oder ein Mann die Blöße eines Weibes aufdeckt, so liegt der Mann bei dem Weib. Wenn ein Mann bei einem Weib liegt, so hat der Mann mit dem Weib geschlechtlichen Umgang. Dabei ist es zu beachten, dass es verboten ist, wenn ein Mann geschlechtlichen Umgang mit dem Weib seines Vaters hat. 9. Somit scheint die Wahrscheinlichkeit gegeben zu sein, dass Ham mit seiner eigenen Mutter geschlechtlichen Umgang hatte. Vermutlich vergewaltigte Ham seine Mutter im Schlaf. Aus dieser Vergewaltigung dürfte Ham's Sohn Kanaan hervorgegangen sein. Daraus dürfte sich erschließen, warum nur Kanaan verflucht ist und nicht die drei Brüder von Kanaan. Denn scheinbar zeugte Ham die Brüder von Kanaan mit seinem eigenen Weib. Dagegen scheint Kanaan aus Inzucht hervorgegangen zu sein. 10. Daher scheint der Fluch über Kanaan in der Konsequenz zu bestehen, die einem Kind aus Inzucht zuteil wird. Vermutlich könnte der Fluch darauf hinauslaufen, dass Kanaan und seine Nachfahren von dem Verhalten normal gezeugter Kinder abweichen. 11. Diese Verhaltensabweichung könnte dazu geführt haben, dass das vorsintflutliche Unheil erneut aufkeimte und sich die Spirale aus Gewalt und Bösartigkeiten fortsetzte. Ist Kanaan somit aufgrund von Inzucht verflucht? Doch in welcher Weise drückt sich der Fluch aus, der auf Kanaan lastet? Drückt sich der Fluch dadurch aus, dass sich das Wesen von Kanaan im Gegensatz zu normal empfangenden Kindern unterscheidet? In welcher Weise könnte sich das Wesen von Kanaan unterscheiden? Ist das Wesen von Kanaan überaus sündig und neigt zu ausschweifenden Gräueltaten? Neigen somit auch die Nachfahren von Kanaan zu ausschweifenden Gräueltaten? Entstand durch Kanaan ein verfluchtes Volk, welches das vorsintflutliche Unheil erneut aufkeimen ließ, wodurch sich die Teufelsspirale aus Gewalttaten und Bösartigkeiten fortsetzte? Entstand durch Kanaan ein verfluchtes Volk, welches die nachsündflutlichen Geschehnisse maßgeblich beeinflusste? Könnten somit die verfluchten Nachfahren von Kanaan einen bedeutenden Einfluss auf die Geschehnisse der Gegenwart und Zukunft haben? Und wenn dem so sein sollte, in welcher Weise könnten die verfluchten Nachfahren von Kanaan die Gegenwart und Zukunft beeinflussen? Beeinflussten die Nachfahren von Kanaan etwa alle anderen Erdenvölker, wodurch alle Völker der Erde verdorben wurden? Weiter geht es im nächsten Teil der Quellenschau. Die Broschüre zum Thema kann auf ewige-bildung.de kostenlos zum Weiterverteilen und in größeren Stückzahlen bestellt werden. Komm auch in die Gemeinschaft! Mehr Infos dazu findest du auf ewige-bildung.de